Hey, was machst du, Leon? Willkommen zu einem neuen Video! Vergiss jetzt schon mal dich zu liken und den Kanal IT zu abonnieren für noch mehr Videos, aber... Moment mal, das ist doch... Ende! Was geht? NOL! Ende, spiel einfach einen Affen richtigen Gorilla! Oh, das tut weh. Danke, Alter. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Das wäre fast schief gegangen. Hey, Alter, weißt du was? Was denn? Wir sind heute wieder auf der Insel. Alter, Insel. Was geht? Das ist ein richtiger Antauspass hier mal auf Madeira. Ist es Madeira? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es ist eine Insel. Alter. Lass uns mal hier ein bisschen turmspringen Denn ich hab mal richtig einen neuen Trick Soll ich dir mal zeigen? 1, 2, 3 Leute, war das gerade eine Schraube? Ja, so eine richtige doppelte Die sah gerade richtig crazy aus Warte, ich versuch's aber, aber ich trau mich nicht so Ich bin nicht so gut, warte 3, 2, los Wow, das war ja eine richtige Triple Schraube Triple Triple Schraube, Alter Aber weißt du was? Was denn? Heute müssen wir mal gucken Was es so Spannendes zu entdecken gibt Ja, ich weiß nicht, was heute ja los ist Alter, ich muss sagen, die Zuschauer haben so krass geliked Hast du das gesehen? Alter, übelst, Mann, ich feiere das richtig so Leute, ihr müsst unbedingt bei IT ein Like da lassen Weil wir freuen uns immer richtig, wir fiebern immer richtig mit Wenn ihr die Videos liked Das ist so cool von euch Und abonniert unbedingt bei IT, ihr habt einen neuen Kanal Und da kommen richtig krasse Videos Ja, vor allem noch mit Alphastein, Freunde Aber, Moment mal Worauf ist das jetzt los denn? Sag mal Ähm, Klippenspringen waren wir neulich schon Ja, los Boah, dann gehen wir mal heute hier lang, oder? Wir sind neulich da die ganze Zeit rumgestreift Dann lasst wir halt da lang gehen Sollen wir mal gucken, ob hier irgendjemand mittlerweile im Haus wohnt? Ja, klopf mal Klopf, klopf, klopf Klopf Hä? Moment mal Hallo? Hä? Hallo? Hallo? Hä, wie sind ihr beiden denn? Äh, ich bin Amy Und das ist Miraculous Ladybug Wow Alter, schau mal, das sind einfach Ladybug und Miraculous Alter, ich bin übelster Fan von denen Das glaubst du gar nicht Und IT, ich finde die beide eigentlich mega cute Das ist so cool Guck mal, jetzt könntest du endlich mal ein Date mit einem Mädchen klar machen Du hast da schon richtig lange drauf hingefiebert Mit irgendeinem echten Mädchen mal ein Date zu haben IT, ich hab da die ganze Zeit drauf gewartet, dass ich so ein Date haben könnte Ja, jetzt ist deine Chance Aber vorher, bevor wir sie fragen Würde ich erstmal sagen, gucken wir in die Kiste, okay? Warte mal IT, IT Ja? Miraculous, hast du das gerade gehört? Haben irgendwas von Date geredet Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll IT, hast du das gerade gehört? Die haben gehört, dass wir darüber geredet haben IT, oh mein Gott Oh mein Gott, ey, schnapp dir ein paar lucky Blocke, dann gehen wir erstmal raus Ja, aber bitte, oh IT, das ist mir so peinlich Hey, wir kommen gleich nochmal zu euch, los Ein Apfel, viel Spaß, tschüss Hä? Oh mein Gott, die haben das einfach gehört, Ente Oh mein Gott, ich hab mich gerade so blamiert Ich hab so Angst gehabt Hast du gar nicht, Mann Ich weiß nicht, ob die das, ob, nicht, dass wir mich irgendwie trollen oder so Die wollen niemals mit mir ausgehen, IT Nie und nimmer Jetzt sieht der bestimmt voll schlecht von mir Junge, Ente, voll viele Mädchen wollen mit denen man in den Kommentaren ausgehen Echt jetzt? Aber, Altie Ja, Mann, ich mag mich doch, Ente, du bist auch eine gutaussehende Ente Das ist echt toll, Altie, du wundest mich echt auf, danke Ja, ist doch nur die Wahrheit, Freunde Oder schreibt mal in die Kommentare, ob Ente gut aussieht Guck mich mal an, Alter Guck ihn mal an Er hat so eine rote Mütze, ein rotes Oberteil Ist so, Alter, guck mal, ich bin voll stylisch angezogen Das sind die neuen Trendfarben Alter, gib dir das mal Ja, das sind Sommerfarben, Freunde Ich hab so eine Zeitschrift von meiner Mama gelesen Und da steht Da sieht jemand genauso aus wie ich Und da steht, dass der gut aussieht So Brad Pitt oder so heißt der Dann muss es ja stimmen Ja, Alter, ich seh genauso aus Wir machen erst mal weiter Zack Ey, Alter, ich hab mal ne Frage an dich Welche Frage, Altie? Du weißt, du kannst mich echt alles fragen Wir sind beste Freunde Ja, klaro Aber glaubst du, die Mädchen könnten einen vielleicht irgendwie Ich will sagen, so ein bisschen veräppeln Dass die nur so tun, als wenn die nicht liegen Ich weiß nicht, Alter, Mädchen sind eigentlich voll eklig, Altie Aber irgendwie Ja, nicht alle Mädchen sind eklig Es gibt auch ein paar Süße Ja, stimmt, Altie Ich weiß aber nicht Weil die, die sah ja auch so Oh, die guckt durchs Fenster Die hab ich, glaub ich, grad Oh, Altie, ich hab so eine Ahnung Du kannst mir fragen einfach mal Aber nicht schüchtern sein, okay? Kriegst du für mich, Altie, bitte? Ich bin nicht so selbstbewusst Bleib du mal draußen Bleib du draußen, ich mach das Okay, ich guck durchs Fenster Hey, Girls, was geht? Amy, ich hab mal ne Frage Und zwar Würde deine Freundin Ladybug vielleicht ausgehen mit, äh, Ente? Wer ist diese Ente? Ja, mein Kumpel draußen Der, wo so rausgerannt ist und so schüchtern war? Ja Hm, das müssen wir uns doch überlegen Ich kann dir ja vielleicht mal ihre Nummer geben Und dann können die ja mal miteinander schreiben Und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt Aber ich kann's dir nur nicht 100% sagen Also versprechen kann ich dir leider nix Das sehen wir dann noch Oh, Freunde, habt ihr das gehört? Das war ja echt ein Mist für Ente Ich weiß nicht, ob das jetzt Oh, Mann Ich will jetzt Ente mal sagen Oh, bitte, Altie Hoffentlich läuft das gut Bitte, 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 bitte Äh, Ente? Ja? Äh, sie wird erschreiben auf jeden Fall Sie hat eine Nummer jetzt bekommen von mir Echt jetzt? Äh, sie hat eine Nummer jetzt bekommen, Ente, auf jeden Fall Und, äh, sie meldet sich Oh, echt jetzt? Ja, klar Oh, das ist ja so toll Ich freue mich so Ja, das ist so wunderbar Jawohl Äh, Ente, um ehrlich zu sein Weißt du, was ich mal Lust hätte? Was denn? Dass wir vielleicht mal ins Haus von ihr gucken Sie wohnt da angeblich oben Ja, können wir ruhig gerne machen, Altie Lass uns mal hochgehen Ja, Ente, ich glaube, sie ist doch momentan unten, oder? Äh, ich weiß nicht Vielleicht hat die ja einen Schleichweg oder so Lass mal einfach Lass mal einfach Lass mal einfach Das Schloss aufknacken Und gucken, was sie mag, okay? Okay, wir machen das einfach Heimlich, still und leise Hier, ich habe hier so eine Art Dietrich Okay, warte, ich versuch's mal Machst du das? Zack, 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 zack Ist auf! Lass mal schauen, was sie so mag, das Mädchen Alter! Altie, ich helf dir Altie, wer ist das? Alter, ich bin an euch verliebt IT, geh mal bitte raus, lass mich mit denen alleine Die sind nur sauer IT, geh mal raus, mach die Tür zu IT IT, die greift mich immer noch an Ich glaube, das sind nicht wirklich Amy und Dings, das sind böse Klonen Freunde, ey, ich glaube nicht, dass es böse Klonen sind Ich glaube, die Mädchen sind einfach sauer auf dich Oh nein, das ist eine richtige Liebesfalle Oh nein IT, die wollen mich boxen Hilf, wie siehst du denn das nicht? Freunde, Ente ist einfach in eine Liebesfalle geraten Die haben das mitgekriegt und die checken es einfach Äh, Ente, renn einfach raus Wir müssen zum Schiff Okay, warte, ich komm schnell raus Ah, die kommen mit, die lauf Schneller, Propeller Die Oma sitzt im Keller Ente, jetzt sind die auf mich los Nimm dein Schwer, zick das Okay, äh Und rauf da Ey, Ente, und jetzt ab zum Schiff Bevor die gerade noch K.O. sind Ey, Ente, komm mal her Ja, komm mal her Komm mal, sie ist auf der Haare Seite Ja? Ich muss dir ganz schnell was erklären Ja, was denn? Die Mädchen haben einfach gesagt Ich denke, die wollten nicht mit ihr ausgehen Äh, die haben irgendwie komisch geklungen Aber ich wollte es nicht sagen Ach, Mann Weil ich die nicht traurig machen wollte Ach, das ist lieb von dir, Heidi Oh mein Gott, ich muss ja fast weinen Weil, weil das einfach so toll von dir ist Dass du so lieb zu mir warst, Heidi Ich bin so glücklich Heidi Wisst ihr, Freunde Eure besten Freunde Da solltet ihr nie Da solltet ihr nie irgendwie Lass bitte einen Like Lass bitte einen Like Damit ich wieder glücklich bin Wie soll ich das sagen? Eure besten Freunde Die solltet ihr nie enttäuschen Weil das sind die Leute Die wirklich zu euch stehen Freunde Deswegen lasst einen Like da Bitte beeint sich Das würde mich wieder glücklich machen Komm, Heidi Wir gehen nach Hause Ja, so ein Like ist schon cool Meine Ente Sag mal glücklich Was ist das? Ich habe für dich Ein Apfel Ein Apfel Ja, Mann Was geht? Ab zum Schiff Los Ab geht die Post, Ente Und weißt du was? Traurig sein musst du nicht Das war einfach nur ein spitzenmäßiger Tag, Freunde Genau Das war richtig super, Heidi Eigentlich hat es ja richtig Spaß gemacht mit dir, Alty Und ich war echt froh Dass wir heute wieder so ein Abenteuer zusammen erlebt haben Und zusammen mit den Zuschauern natürlich Ja Die Zuschauer haben uns am meisten geholfen In dieser schwierigen Situation Das ist so, vor allem mir, damit, dass sie geliked haben Einfach jetzt geht es mir viel, viel besser Ich danke euch wirklich Das ist schön Ey, das glaube ich Weißt du? Die Zuschauer, die geliked haben Sind die wahren Ehre meiner Und demnächst werde ich auch wieder Leute einblenden Oha Die geliked haben Oha Und Abonnenten sind Dann weißt du was? Ich habe jetzt ein neues Feature von YouTube Dass ich sehe, wer Abonnent ist Und weißt du was? Was denn? Ich kann auf jeden Fall die Top-Abonnenten grüßen Nice, Alter Richtig fett nice Ja Und das Und ich würde sagen Jetzt gehen wir erstmal los Los Also Leute Lasst ein Like da Lasst ein Abonnenten Schaut auf jeden Fall bei Ende Von meinem ersten Supertrieb Ja Mann Und ganz wichtig Dass ihr ein Like da lasst Bitte, damit ich nicht mehr traurig bin Das ist so cool, dass ihr like Bitte, bitte, bitte Hätte, hätte, hätte Fahrradkette Unbedingt Das ist ganz, ganz wichtig Weil IT macht neue Videos Und IT darf nicht auf ein Video machen Deswegen ein Like Bitte, bitte das Video Ja Mann Und wir würden sagen bis zum nächsten Video, Freunde Tschüss Peace 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 Peace